Ich muss das noch abquatschen, am Mittwoch. Boah, ist das kalt draußen. Madame kommt auch mal ins Auto, oder was? Ja. Sag mal Marie, schnallst du es nicht? Kriegst du es in deinen kleinen Schädel da oben nicht rein? Ich weiß überhaupt nicht, was das mit deinem Problem ist. Benehmen wir uns jetzt wieder eine Nutze, oder was? Mann, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ob du jetzt eine Nutte bist? Sag mal ehrlich. Lass uns doch fahren. Nein, Marie, wir fahren jetzt nicht. Ich möchte nicht, dass du dich benimmst wie eine Nutte. Dass mich ein anderer Mann anguckt. Ja, meinetwegen auch das. Du bist meine Freundin. Meine Frau. Ja, genau. Verstehst du? Pass mal auf hier. Marie, bleib hier. Was ist das denn, Marie? Bleib hier. Oh, fuck. Marie. Marie. Lass mich. Hey, es tut mir leid. Mann, lass mich. Marie, es tut mir leid. Verstehst du? Ja. Es tut mir leid. Wirklich, glaub mir. Nee, nicht kommen. Ja, denk doch nicht immer, dass es so einfach ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay? Ich verstehe es nicht, warum du sowas machst. Hey, du bist doch meine Prinzessin. Komm her, mach es. Komm her. Ich bin für dich da. Das ist der falsche Weg. Ich bin für dich da, okay? Frau. Okay? Ja. Ja. Es tut mir leid. Ja. Ja. Ich gehe jetzt auch, ne? Okay. Aufgod. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020